Florian Silbereisen hat seit 1,5 Jahren heimlich eine Freundin.Florian Silbereisen ist offenbar wieder verliebt. Seine Freundin arbeitet in einem Hotel. Schon seit eineinhalb Jahren sollen die beiden ein Paar sein. Im Herbst 2018 trennten sich Helene Fischer, 38, und Florian Silbereisen, 41. Die Sängerin kam kurz darauf mit einem ihrer Bühnentänzer zusammen. Der Schauspieler hingegen schien in der Liebe weniger Glück zu haben. Außer einigen Gerüchten über eine Beziehung mit Beatrice Egli, 34, war es still um das Liebesleben des Moderators. Wie jetzt bekannt wird, hatte der Fischerex aber schon längere Zeit wieder etwas am Laufen. Laut der Bild-Zeitung hat Silbereisen nämlich eine neue Lebensgefährtin, die 34-jährige Sarah Hentschel. Am Pfingstmontag wurde das Paar dabei beobachtet, wie sie in einem Elektroboot in See stachen. Am Steuer war Sarah, während der Entertainer immer wieder zärtlich den Arm um sie legte. Ein Freund des Paares meint gegenüber dem Boulevardblatt, bei Flo und Sarah wurde in kleinen Schritten aus einer Bekanntschaft erst Freundschaft, dann Liebe. Sarah ist kein Püppchen, die ihren berühmten Freund anhimmelt. Sie ist sympathisch und charmant, aber auch praktisch und bodenständig. Demnach steht die 34-Jährige zudem auf eigenen Beinen und kümmert sich um alles, wenn Silbereisen für seine Fernsehjobs unterwegs ist. Sie kauft auch die Pflanzen im Baumarkt, mäht den Rasen. Florian Silbereisen und Sarah Hentschel kennen sich seit Jahren. Wie es weiter heißt, kennen sich die beiden seit vielen Jahren. Hentschel arbeitete demnach bis 2022 im Hotel Seerose am Fuschelsee im Salzkammergut, äh. Flo, wie ihn seine Familie und Freunde nennen, besuchte dort regelmäßig Freunde im Urlaub. Mit Beginn der Corona-Pandemie verbrachten sie laut dem Bericht immer mehr Zeit zusammen. Beide haben dieselben Hobbys, Motorrad und Fahrrad fahren, bergwandern, sie lieben Tattoos und sind beide mit Sternzeichen Löwe. Seit Ende 2021 sollen sie ein festes Paar sein. Im Frühjahr 2022 wechselte Hentschel schließlich ihren Hoteljob und zog zu ihrem neuen Freund Florian Silbereisen. Das Paar lebt laut Freunden ein ganz normales Leben. So wie es sich Flo immer gewünscht haben soll. Ihre Zeit verbringen sie mit Grillen und Kochen zu Hause, mit Freunden und Familie. Weit weg von roten Teppichveranstaltungen und Partys. Wehe ist die neue Frau an seiner Seite. Während der Corona-Krise wechselt Sarah Hentschel sogar ihren Job und zieht an den Mondsee in Oberösterreich. Dort wohnt Florian Silbereisen. Die schöne, blonde Frau wird als bodenständig beschrieben. Eines ist sicher, sie steht nicht im Rampenlicht wie ihre Vorgängerin Helene Fischer. Gerade ihr charmantes und unkompliziertes Wesen soll Silbereisen bezaubert haben. Aber auch gemeinsame Interessen teilt das Paar. Beide fahren gerne Motorrad oder wandern in den Bergen. Außerdem haben beiden eine Leidenschaft für Tattoos. Sie schmeißt das Ganze drum und dran. Sie ist eine praktische Frau, diese Sarah Hentschel, so viel steht fest. Wenn ihr Florian mit dem Traumschiff in See sticht, dann fährt sie in den Baumarkt, kauft Erde und Blumen, um damit den Garten am Mondsee zu verschönern. Auch den Rasen meht Sarah und hält ihrem Lebenspartner den Rücken frei. Alles außerhalb des Rampenlichts. Nur selten begleitet Hentschel ihn zu größeren Auftritten oder Preisverleihungen. Sarah Hentschel versteht sich super mit Florians Mutter Helga. Die Bodenständigkeit von Sarah scheint auch die Mutter von Florian im Sturm erobert zu haben. Leider erlitt diese, wie Michael Hartl, einen Schlaganfall im August letzten Jahres. Schon der soll sich Sarah liebevoll um Mutter Silbereisen gekümmert haben. So verbringen die beiden Frauen wohl viel Zeit miteinander, und Florians Mutter scheint überglücklich mit der neuen Freundin an der Seite ihres vielbeschäftigten Sohnes zu sein. Mittlerweile soll sich Helga Silbereisen auch wieder vom Schlaganfall erholen. Ob es bald einen kleinen Silbereisen gibt? Viele Freunde von Silbereisen bestätigen, dass Sarah Hentschel genau die Frau ist, nach welcher er so lange gesucht habe. Sie teile die schönen Momente im Leben mit ihm. Ist er dann beruflich abwesend, ist sie so selbstständig, das Leben alleine zu meistern. Schon lange ist bekannt, dass Florian Silbereisen nicht nur mit dem Traumschiff im Hafen anlegen möchte. Er träume schon lange davon, zu heiraten und Kinder zu haben. Vielleicht ist Sarah Hentschel nun die richtige? Wir wünschen es ihm von Herzen.